was was schöne aktion klasse gespielt und das muss ein tor werden tor ist er war es drin wir schauen doch mal auf die wiederholung da setzt er sich durch und dann sehen wir wir den keeper eiskalt austrickst ihn umspielt war da gehört schon mut dazu wir sehen uns beim nächsten Mal